hey meine lieben herzlich willkommen zu einem kleinen ganz 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 besonderen video heute hier minecraft village einige von euch haben es vielleicht schon mitbekommen dieses projekt endet mehr oder weniger wir werden natürlich in unserer gruppe anderes starten aber ja the village ist halt erstmal beendet und ich habe euch ein paar szenen zusammengesucht wirklich aus meinen ersten videos von anfang an wie wir unsere welt hier gefunden haben wie es am anfang aussah was sich geändert hat das werdet ihr hier gleich alles noch mal in einem kleinen zusammenschnitt sehen und ich wünsche euch ganz viel spaß und ich danke auch noch mal allen die mitgemacht haben und ja so 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 oh mein gott oh mein gott was tut ihr ich bin hier voll durch die luft gefühlt ich habe ein herz oh mein gott das war sprengball ja hier ist wieder babyzombie ich hasse die dinge also ich glaube irgendwas ungratis da hat mich gefühlt vorsichter makash wollen wir hier siedeln hier so auf dem flachland bis zum meer da ist noch einer das ist gar keine dumme idee das ein bisschen auf hügel auf sein das finde ich ganz cool da kann man das ist eigentlich eine schöne gegend da drüben haben wir einen schönen wald also bei mir geht das direkt funktioniert nach zwei oder drei stecken nach zwei oder drei aber jetzt mal ein esel hallo leute h aber sehr gut Das muss wieder zugemacht werden. 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 Das muss wieder zugemacht werden.